Hallo liebe Mädels und herzlich willkommen zu Swap in the City im Kölner Ehewerken. Über 700 Frauen haben sich hier schon versammelt und können es kaum erwarten, um gleich reinzugehen. Denn Swap in the City ist nicht einfach nur Kleidertausch, es ist das Party für jede Frau. Und warum das so ist, das zeigen wir euch jetzt. Untertitelung. BR 2018 Was erwartet ihr von dem heutigen Tag? Ja, wir erwarten uns einen super tollen Mädelsabend, wollen uns hier stylen lassen, ganz viel ausprobieren, Haare, Make-up, Nägel, freuen uns auf die Goodie-Bags und hoffen einfach, dass es ein super schöner Abend wird. Die Uhr tickt, die Spannung steigt, denn gleich fängt das Swapping an. Ihr beiden habt ja ganz schön viele Sachen in den Händen. Was genau hast du gefunden? Also ich habe diese weiße Bluse gefunden und ich weiß auch schon, wie ich die kombiniere. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass sie passt und ja, gleich mal anprobieren. Ja, weiße Bluse kann man immer zu allem kombinieren. Was hast du denn gefunden? Ich habe etwas in Krokoloog gefunden, außerdem ein schönes Sommerkleidchen und bin ganz happy darüber, weil der Krokoloog ja gerade kommt. Also ich würde sagen, ab zur Umkleide und anprobieren, oder? Ja. Okay, los geht's! Der Abend neigt sich dem Ende zu und ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Eindruck machen von dem ganzen Event heute. Oben drauf gibt es noch ein Goodie Bag mit ganz tollen Produkten und Gutscheinen mit auf den Weg. Also kommt das nächste Mal vorbei, wenn es heißt Swap in the City.